Mmmmm, Moin Jungs, da bin ich wieder. Eigentlich können wir doch alle so eine Geste machen. Ja? Oder? Ja. Dann soll mal der Elite zu mir... Willkommen zu uns, hier wo wir stehen. Wir machen jetzt zusammen ein... Mmmmm, Moin Jungs, da bin ich wieder... Oh nein, meine Stimme ist abgekackt. Wir müssen es nochmal machen. Moin Jungs, da bin ich wieder Und zwar heute zeige ich euch einen etwas älteren Outfit-Glitch Aber ich finde den so geil und ich habe ihn bis jetzt noch nicht gebracht Deswegen zeige ich ihn heute Und was ihr dazu machen müsst, ist in dem Fall eine VIP-Einladung anzunehmen Also als Frau, ne? Und jetzt mache ich das gerade mal Und dann könnt ihr genau zuschauen, wie das alles funktioniert Dann tue ich mal Leibwächter anhören, das ist die Ballerina heute So, die muss dann die Einladung als VIP annehmen Da brauchst du mich nicht angucken, du musst sie auch annehmen So, am Anfang müsst ihr das Outfit auswählen, mit dem ihr das machen wollt In dem Fall so eine Strapse oder so ein Kleid vom Valentins-Update Das zieht euch einfach an, so wie es Ballerina jetzt hier im Hintergrund gemacht hat So, hier Und jetzt zieht ihr euren Heist-Outfit an Also euren Heist-Overall So, und jetzt gehe ich über diese VIP-Gedönse hier unter Verwaltung Und tue jetzt erstmal den Stil ändern Also zweimal nach rechts Zack, zack Danach wieder zweimal nach links So, es hat sich jetzt nichts getan Außer, dass man jetzt wieder Also der Leibwächter wieder sein Ja, komisches Valentins-Ab... äh... Valentins-Outfit anhat So, dann tue ich die Ballerina mal entlassen So Und jetzt muss sie einfach mal die Handschuhe wechseln Und schon ist der Oberkörper frei Zack Und dann könnt ihr es speichern Und das war's dann Super easy, super geil Und sieht richtig heiß aus, ne? Und jetzt kann man das Outfit speichern Und man hat jetzt als Frau den Oberkörper frei Ist doch geil, oder? Also Jungs, das war's Kurz und knapp Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Und wir sehen uns Ciao